Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Jetzt darfst du noch einen nehmen am Boden. Machen. Da kann ich noch mehr. Der Behütete. Das Heide kommt dir auch schon entgegen. Ich geniesse die neue Freiheit. Ich merke, dass es mein Mann sehr gut tut. Er ist ein ruhiger und ein zufriedener. Das wirkt sich aus. 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 Ja. Untertitelung des ZDF, 2020